Sie auch mit einem intellektuellen Thema für Sie sehr ansprechen. Im Moment ist alles brillant und einfach ich habe für Sie einen schicken Thema und Arbeit, die diejenigen betäubt. Die mindestens die Hälfte verstehen mein brillantes Phänomen, das in meinen Augen und Oko, das ist das Informationsfeld des stellaren Systems, da jeder darin ist. Wissenschaftler werden dieses wissenschaftliche Phänomen niemals erobern können. Ich schlage einfach vor, Sie kommen zu diesem Top und wenn Sie mich ins Studio einladen, Wissenschaftler der höchsten Kategorie unseres Russland einladen, der intellektuellste, wenn ich mich nicht irre. Denn wir sind nicht nur der erste Flug ins Weltall, ohne über andere geniale Fähigkeiten zu sprechen. Nun, ich werde über mich selbst anfangen und ich hoffe, Sie werden daran interessiert sein. Ich bin Sergej Kokotev Anatoljevich, Bürger der Russischen Föderation, respektive ein Bewohner Kurgan-Region aus der Stadt Schädrinsk. Wo er 1981 geboren wurde und lebe bis heute leider in der Herberge im Jahr 2010, habe ich festgestellt, dass wenn ich mein Auge in etwa den ganzen Bildschirm und pausiere, dieses Video. Dann folgende Tatsachen auftreten. Ich schaue auf die Pupille des Auges und zitiere einige relevante Beispiele und ich werde versuchen, am Ende zu dir zu kommen. Dann kam es und du könntest wenigstens einen Teil davon, verstehen sie dieses brillante Phänomen, kurz das Wesen ist das? Nach dem Anschauen beginnt es zuzunehmen. Eine Person beginnt sich näher zu nähern und es gibt eine Docking-Note, nicht nur das Auge, sondern auch den Intellekt als Minimum, weiter mit der Zeit, genauer, mit jeder Sekunde. Schön und erstaunliche Ansichten, entschuldigen sie mich sicherlich, aber in meinen Augen, im Allgemeinen sehen Kinder wie im Kino verschiedene Raum-Asteroiden, Planeten, unsere Galaxie, auch Natur, Meere, Seen und so weiter. Das ist nur ein Prozent von einer Milliarde von dem, was der Planet der Bewohner unseres Landes sieht, aber die Menschen haben den Nachteil ist, vor allem bei Erwachsenen. Da die Kinder absolut alles sehen, 99 Prozent, es tut mir leid, aber bemerken sie von mir, dass alles in Ordnung ist und jede Sekunde, Hunderte sehen sie meine Fotos und Videodateien im Internet, Zuhause, Theater und sogar auf Fotopapier, das heißt. Ich bin in dieser Hinsicht Perfektion, du verstehst es wahrscheinlich nicht und es tut mir sehr leid für dich, aber du erinnerst mich, primitives System, im Prinzip ist es nicht überraschend. Aber immer noch werde ich versuchen, du erklärst. Wenn ich in voller Höhe aufstehe und ich mit einer Digitalkamera fotografiert bin, meine Augen, dann aus der Kamera gepumpt in den Computer, diese kleine eine digitale Datei vom Computer wird gedruckt. Setzt auf Fotopapier, dass du nicht glauben wirst, sondern nur einfache Farben. Digitale Datei und dadurch auch das Auge genauer auf Fotopapier im Internet, Homekinos, Computer, Tablet, Telefone, Smartphones und sogar iPhones und das ist nur ein kleiner Hinweis, wer ich bin. Ich füge noch ein paar Zeilen hinzu, weil du es immer noch nicht verstehen kannst und es tut mir leid für dich. Obwohl du im Fernsehen arbeitest und wahrscheinlich noch nicht aufrichtig bist, kranke Menschen im Allgemeinen sehen Kinder alles und von Erwachsenen und älteren Menschen sehen 60 Prozent 100 Prozent. Grob gesprochen, sehen 50 Prozent von 100, das heißt, die Hälfte des Planeten sieht dies, aber sie können nicht verstehen, wie alles kommt es stellt sich heraus, leider aber sie können nicht. Rufen Sie mich an am Telefon plus 7-912-976-6024. Stimme mit mir über das Treffen oder zumindest deine Komm zu mir. Ganz zu schweigen von den Wissenschaftlern der höchsten Kategorie in deinem Studio und lass sie dann ihren Verstand zeigen und reden und ich hoffe nicht Schande weiter im ganzen Universum. Wie ist bei meiner Ankunft passiert im Internet im Jahr 2010 und die Schaffung meiner Website okobinde-sergius.ukos.ru Dieser magische Architekt des Sternensystems, ich warte auf deine Vorschläge. So was in der Welt ist der Welt. Es gibt die 갈bedingte, warte auf die hinein und die Herausforderung, ich warte auf die bricks verte. Immer mit den weiteren richtigen马 maneira Girls dokumentiere, ich kw consciousness und was schon verschuldgt da. Und dann Olter für Talent ist schweigen die Farbe. größere Jesus Christophorie, wo أنt ihr das Sel stos kommt genau zum Beispiel am letzten Jahr 2000- ожид angefangen wird. Vielen Dank.